Hallihallo alle zusammen, hier bei Chivalry, Free For All, mein Lieblingsspielmodus Und da haben sie es auch natürlich wieder dabei Ja, schönen guten Tag Leute, ich bin hier auch gerade schwer am Schnitzeln und am Mützel Und ich denke wir sehen hier eine der neuen Maps Ja, das scheint durchaus so richtig zu sein Weil die Leute die uns anfeuern, die kenne ich nicht Ne, das ist so arenamäßig aufgebaut Und ich bin rausgeflogen Ne, bin nicht rausgeflogen, die Map wurde gerevoted, glaube ich Die Map wurde gerevoted, okay, ist natürlich schade Wer votet der, sag mal ganz ehrlich, wer macht denn das auf einer neuen Map? Ich weiß gar nicht, ob das einer einfach so machen kann Oder ob das der Admin sozusagen sich aussucht, wir machen blau oder was? Äh, blau, blau Blau geht gerade, ah ja, jetzt geht's Ja, bleib am Ritter und der Streitachs, weil ich da was freischalten will Aber es scheint auch eine Oh nein, das ist eine alte Map Das ist eine alte Map, die haben aber so noch nicht gespielt Als Angreifer haben wir die noch nicht gespielt hier Also ich glaube, ich hatte sie schon mal als Angreifer drin Und wir müssen eigentlich, glaube ich, nach oben und die, ähm Von da aus mit Ballisten auf die Wand von den anderen da schießen Also müssen die quasi die Balliste einmal drehen Weißt du, kein Ding So, jetzt haben wir so ein Madis Madis ist eine neue, da sagen wir mal ja Ja, auf jeden Fall Der ist eine Arsch, der hat mich gerade ein paar Mal gekillt Ähm, ja, also er hat... Der ist sogar ein Road für eine neue Map Und eine von den neuen Maps heißt doch Madis Wow, oh, oh, achso Oh, glaube ich zumindest, ne? Ich weiß nicht, Madis hat mich gerade rumgefasst Ach, stimmt, das heißt doch, einer, wenn es ja gut Vielleicht habe ich das auch falsch gesehen Das kann durchaus sein Auf jeden Fall, ihr merkt es schon Es gab ein Update Los, Alter, jetzt schießt auf die Mauer Neues Update und ein paar neue Maps in draußen Und wir sind gespannt Ja, du Penner, warum schützt man mich nicht? Nein Ah, nee, ey Wollte ich gerade wieder rangehen Ich umlaufe den Bogenschützen, den Armbruchsschützen Ja, wir haben auf jeden Fall schon zweimal auf die Wand geschossen Auf der linken Seite Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt So, ich schätze mal, es ist wieder eine neue Map, oder? Ne, doch nicht Ich hatte nur ein übelstes Leck gerade Was? Noch ein 96er Ping, das ist nicht so toll Ungünstig Also Hier gibt es auf jeden Fall Böhnunterschiede, die Ja, die zu beachten sind Also wenn ich echt höher stehe als der Gegner Und aushole und hau über ihn drüber Hau ich tatsächlich über ihn drüber Und der trifft mich halt voll in den Bauch Und hier habe ich einen mit dem Kriegshammer, der haut eine Wand ein Zum Beispiel gehört die absolut nicht dahin Ähm, also gehört nicht zum Spielgeschehen Hinterhalt Ja geil, hast du beide erwischt Hinterhalt alleine fertig werden gerade Ich hoffe, ich werde nicht von Pech erwischt Ich habe ja einen mit dem Kriegshammer auf jeden Fall gerade Nein, das hat mich der mit dem Dolch als ich oben an der Liste da doch noch wieder gestoppt Oh nein, oh nein, ich bin doch tot Oh nein Läuft Zimmer, das war einer von uns Äh, ja, ich habe aber Ja, okay Ich spiele heute wieder grottig ohne Ende Wir haben jetzt auch, muss man immer dazu sagen Wir haben jetzt eine ziemlich lange Pause gehabt Das stimmt Lass doch keine Entschuldigung sein Gerade hatten wir schon eine Runde Aber ich spiele wieder mit einer Waffe, die ist mir nicht so lieb Ich würde mir gerne die nächste freischalten, die dahinter kommt Also ich habe jetzt auch gerade neu hier Dieses wunderhübsche Hier ist das Großmesser Aber das ist eigentlich sehr cool Weil das hat hohen Schaden Ist aber trotzdem noch schnell Hat halt nur nicht so eine gute Reichweite So, endlich mal Und ich denke mal, ich werde bei meinem Dreier-Trupp hier bleiben Wir versuchen mal, uns hier irgendwo rein zu So, jetzt habe ich aber... jetzt habe ich aber einen kleinen Lauf Wow Deckel Da wurde hier einer direkt vor mir Von der Balliste erwischt So, die Leute teilen sich hier auf Ich teile mich mal mit Ich teile mich nach rechts Ich teile lieber die Leute Das ist auch korrekt so What? What? Alter, nein, er hat mich trotzdem mal erwischt Wenn ich voll von der Balliste umgeblasen war Ich habe es nicht mal gesehen Ich habe es nicht mal gesehen Und hinter mir irgendwo Ah, ich wusste, dass es nicht mehr gut geht Das war schlecht So, soll ich es riskieren? 3... Was? 3 zu 3? Das geht doch Ups Das mache ich natürlich nicht Hier ist auch ein schöner Kommentar Ja, why do you go all the way to the fucking left? Ja... Ja, es wäre auch viel besser, wenn wir alle nach links gehen würden Oder wie? Äh, nach rechts gehen würden Gehen wir ja auch selber raus Da oben sitzt du auf jeden Fall auf der linken Seite Oh Gott! Ähm... Armbrustschütze, der relativ gut schießen kann Oh, Mensch, es kostet mich zu viel Zeit Auch einfach mich umzusälen Ich gucke nach rechts, ob der mich schlagen kann Und krieg von links direkt den Streithammer ins Genick Ach... Ärgerlich Das sieht nicht so aus, als kriegen wir was gebacken Zumindest ich nicht Ah, ja Orientierungslos Mitten in den gegnerischen Massen Einfach mal auf Verdacht blocken Scheiße, hat nicht geklappt Noobs, sagt er Ja, selber Noobs, Junge Mach doch mal einen 4er-Trupp klar hier Der da Sturmmäßig hochgeht So, 4 Minuten 20 aber noch Das ist bei dem Laufweg schon nicht mehr lange Wir haben höchstens noch Die Angriffe No! Okay, jetzt sind zwei auf der rechten Seite auf jeden Fall hochgekommen Oh, ihr trefft mich alle nicht mit euren scheiß Echsen, aber... Oh, aber mit den großen Echsen Ja, mit dem dicken Claymore Schwert Komm, nicht klar Scheiße, da oben Ist auf jeden Fall einer auf der Seite, der räumt die Leute richtig gut ab So, ich geh jetzt ganz 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 rechts Ach was? Der Pokerman, der kommt mir aber auch ein bisschen strange schon wieder vor Ey Der hat mich gerade auch geholt Ich block hier einfach und da passiert gar nichts an So, jetzt sind sie links mit zwei Leuten hoch, wir müssen mal ein bisschen Uns konzentrieren mehr so Auf einer Seite Ja, ich geh jetzt rechts rüber Ich geh jetzt da die Treppe hoch Ich versuche mal Den Leuten weh zu tun Ich bin gerade links, ich versuche durch und Mitte mal nach links hoch zu laufen Es ist doch unglaublich, wie kann der was blocken? Mach jetzt nicht mehr auf blocken hier Gibt's nicht mehr, blocken gibt's nicht mehr, mein Block ist kaputt Nein So, jetzt sind wir hier mit einigen Leuten rum Jetzt müssten wir es eigentlich endlich mal schaffen können hier Nein, die Seite wollte ich sagen Da war aber der Pokerman mit so einer Scheiße Das war doch gar nicht der Wir sind bestimmt mit vier oder fünf Leuten da hoch Und mich hat einer mit so einem kleinen Assi deutlich wieder weggestochen So, ich bleib jetzt mal hinterm Hamsen, da war ich ja schon lange nicht mehr Äh, das hört sich komisch an, das hört sich echt schwierig an Ja Alles ingame, technisch natürlich Natürlich Falls wir uns übrigens etwas komisch anhören Ich bin krank und Rolf sozusagen auch Ja, ja, das ist die Wochenendkrankheit, die hat mich noch gepackt Ja, bei mir leider nicht nur das Wochenende Bei mir ist durchgehend Der, diesen spacken Freddy, den meine ich Genau den mit dem kleinen Schwertchen Rolf, stich ihn mal ab, ey Mach ich Komm hier von der Weide Jawoll So, jetzt schnell ran in das Ding hier Nimm das, umdrehen Und darauf ballern auf das Holz Ich passe auf den Eingang auf Komm schon Sehr gut, mach mal Muss ich immer aktiv die Attacke-Taste drücken Ja, du musst dann immer drücken, ja Jawoll, Rolf, wir haben es gemacht, Jogi Danke Ja, sie Mal gucken, ich will noch ein So, ihr Spacken Freddy´s hier Wegblasen Oh, das hört sich schon wieder so schwierig an Vorsicht, hinter dir Ist ja... Hä? Ich bin's doch, ich bin's doch... Ach, hinter mir Na ja, schon wieder Scheiße, Rolf, den hab ich gar nicht gesehen So, kann sich unser Team auf jeden Fall mal... Selbst wenn ich blocken kann Selbst wenn ich blocken kann Ähm, unterbricht er meinen Schlag Indem er nochmal attackiert Ja, ich weiß auch nicht, also... Diese kleinen Leute sind mir auch sehr strange Also diese Kleinst Waffen Ha Woah Woah, 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 woah Hams, wir müssen doch hin Ja, ich wollte mich ja grad eigentlich mit einem kämpfen Ich bin rechts rein Und dieses Schwert ist einfach viel zu groß für mich Ich brauche ein größeres Schwert wieder, und ich nehme auch jetzt wieder ein größeres Schwert. Mann! Ich würde auch mal gerne attackieren, aber wie oft muss ich denn die scheiß Maustaste drücken? Es hat genau dieselbe Wirkungsradius angeblich wie das Großschwert. Ja, bleibe ich doch dabei. Lass mal über rechts gehen. Über rechts. Ja, da ist noch einer, dem ich nochmal Danke sagen wollte. Ah, ist jetzt fast jetzt. Öppel Ruff. Oh, hier ist eigentlich das erste Mal alles soweit offen. Oh, ja hier ist alles. Oh, einen erwischt. So, sind hier alle frei. Oh, der ist frei, sehr gut. Ist das ein Gegner? Und wie? Boah, hast du mich verpasst? Hast du mich nochmal verpasst? Ja, ist schon offen. Wieso gehen das hier nicht auf? Eilig. Los, mach auf die Scheiße hier. Nein! Boah, ich bin umringt von 35 Leuten. Ich brauche mich nicht bewegen. Ich brauche ihn, äh, zu töten, diesen Dämmend. Ey, hier ist wieder dein Kollege. Ohne Rüstung. Gibt's da wohl nicht, Alter. Also der ohne Rüstung nicht, ohne Helm halt, ne? Wieso bewegt der sich so schnell? Wieso kann der so schnell schlagen? Will er mich verarschen? Verdammte Scheiße, nochmal. Ja, ich glaube, die cheaten hier auch alle, die Leute da. Stamp Fox. Ja, natürlich. Bei uns schlecht ist ein Cheater. Jawoll. Definitiv. Ranked up. Ich bin auch gerade ranked up, glaube ich. Ich habe es nur nicht gesehen. Da war gerade dieses komische Schreie. Nee. Nein, ernst, ne? Also dieser Stamp Fox, ne? Der ohne Helm, der hat's nicht mehr alle. Ja, ja. So was wird. Ist auch ziemlich komisch, komisch, komisch. Brauche noch ein bisschen, Alter. Ich brauche noch ein bisschen. Da ist wieder, da ist ne Wertung drin, Harm. Da ist ne Wertung drin, in dieser Beleidigung. Ja, ja, ich konnte nicht anders. Es brach so aus mir heraus. Ich bin wieder hinter dir. Ja, da unten, der läuft immer im Kreis. Und irgendwie... Jetzt hat er einen gekriegt. Vorsicht hinter dir, hinter dir. Was geht in dir? Scheiße. Ich hab... Ne, einer hat den Stamp Fox erwischt. Ich dachte, ich weiß nicht. Scheiße. Das ist einfach... Na gut, sie haben sich auch gut gegenseitig weggehauen, aber... Es ist nur noch ein Käfig oben eigentlich. Und zwar der oben auf der rechten Seite. Wir müssen nur noch kriegen, irgendwie. Nein. Magnum Dong hat mich erwischt. Kann man das sagen? Ich bin von Magnum Dong erstochen worden. Hört sich auch wieder schwierig an. Nein, nicht mit dem Kackhammer. 50 Sekunden. Noch ist nichts vorbei. Aber es sieht nicht gut aus. Ne, ne, ne. Ich geh ganz roh über rechts. Da ist... Über den Rand. Das ist schwierig. Wenn du versuchst von innen, dann ziehen wir auf jeden Fall ein bisschen die Leute nach vorne. Okay, hier ist es eigentlich relativ frei jetzt. Erwischt. Bis auf die verfickten Torgenschützen. Ich bin auf Käfig. Was muss ich machen? Hau auf das Schloss. Hau auf das Schloss. Immer auf das Schloss. Nein! Der Dementer hat mich getötet. Na, fuck. Aber ich habe einmal aufs Schloss geballert. Reicht. Ich bin leider verloren, finde ich nicht. Ja. Ich bin noch 10 Sekunden angeblich. Oh, my time. Ich habe so einen Nuss. Mit einem Headbutt. Das Schloss öffnen. Ah, scheiße. Ich progele das jetzt mit meinen Händen auf. Ja, wollte ich doch gerade sagen. Machen wir doch, Rolo. Warte mal. Ey, der weg hier. Ich habe eine Leiche den Kopf weggenhauen. Hält das? Hm. Schade, schade. Geht trotzdem nochmal zum Schloss. Ah, ist doch offen. Eine Seite ist offen. Ja, sie muss nicht nur offen sein, aber es muss offen sein und dann muss man es noch so weit hauen, dass es runtergeht. Ich habe es noch geschafft. Ja, stimmt. Ich habe noch gesehen. Nächstes Missionsziel, wo wir noch eingehecken können. Genau, und dann 4 Minuten 30 für das nächste. Ah, scheiße. Total illegal. War aber lustig. Ich würde sagen, das war es für eine Aufnahmesession, oder? Auf jeden Fall. Oder für einen Part. 16 Minuten ungefähr vor. Richtig. Schön. Fast auch gut. Und dann hoffen wir mal, dass in der nächsten Episode eine neue Map dabei ist. Ja. Wir hoffen so, und wir hoffen, dass es auch besser wird mit dem ollen Ping hier. Yes. Aber wir sagen erstmal, danke fürs Zuschauen, Leute. Lasst uns wie immer was da. Und schaut wieder rein. Jo. Tschüss. Dann macht's gut. Tschüssi. 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 Vielen Dank.